Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Kingdom Hearts 2 aus dem Schnitt. Viel Spaß beim Schauen. Freut euch nicht zu früh. Vorsicht! Er ist schon wieder. Hey, Riku? Ja? Toll, Mugufi war das einfacher, glaube ich. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Okay. Okay. Alles sehr verwirrend hier. Now lastay's attempt to One lastay's attempt to Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Keine Güte, ich werde sich so ein Schrott ausgedacht. Ja, natürlich. Lass mich doch einfach wieder aufs Kampffeld, hm? Hm. Ja. Klappt doch alles nicht. Ich dachte, ich kann hier vielleicht zurückschleudern, aber... Alter, was habe ich denn jetzt hier übersehen? Hm? Oder willst du mich noch tausendmal zurückschleudern? Naja, irgendwas ist... Anders. Ich hatte doch gerade ein Dings. Ich verstehe das nicht. Ach, ich meine, sind die auch noch für Sekunden da, ne? Wie habe ich denn das gerade getriggert? Was? 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 Dass man den auch immer wieder neu anvisieren muss. Was? 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 Meine Güte! Komm mal da... Oder soll der noch drei Jahre gehen? Ja, 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 natürlich! Mhm. 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 But guess what, Xemnas? That doesn't mean you're eternal No Drอย Blind Blind Be gone Blind Blind Be gone Heal! Heal! Find! Begold! Find! Begold! Begold! Immer, wenn man's gebrauchen kann, ne? Oh, ich hasse das! Dass ich ihn auch immer wieder neu anvisieren muss! Es ist doch zum Kotzen! Lass ihn doch anvisiert! Egal, ob er sich porten kann oder nicht! Oh, ich weiß 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 nicht! Was ist das, Roxas? Oh, ich weiß nicht! Oh, ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Oh, ich weiß nicht! Oh, ich weiß nicht! Kacke! Ah, nein, wirklich? Nein! Ich war doch schon dran! Dieser blöden Tastenwechsel! Nein! Oh, ich hasse euch! Ich hasse euch! Kacke hier, ey! Ich seh doch nichts! Nein, ich hab doch... X und X ist doch zu da... ...da...da...da... Ah! X und Dreieck sind super entfernt! Ihr Bastarde, einer Dirne! Wollte mich verarschen! Ich kann doch nur nicht mehr als nichts drücken! Könntest du mal bitte aufhören? Meine Güte! Wie nervig wollt ihr noch werden? Ich wollte mich zwar gerade heilen, aber... ...so geht's natürlich auch! Na geht doch! Ich sag doch, ich hasse Kämpfe gegen Xehanort! Egal in welcher Form! Xehanort ist einfach nur absolut nervig! Nein, wirklich! Ja! Das kriegen wir auch noch hin! Ich meine, das hätten wir auch noch hinbekommen! Alles okay, Riku? Was? Okay. Ja! Ja... Riku brauchte Sarah. Tja. Nur weil jemand besser ist, heißt das nicht... Na? Dass er eher was besseres ist. Manche Dinge... ...können manche Personen besser. Das ist halt so. Oh! Den Ort kennen wir doch. Okay. Aber den Ort kommt mir bekannt vor. Da haben sich doch die beiden Kapuzen-Typen getroffen. Vielleicht ist die Dunkelheit auch. Riku! Der Welt ist perfekt für mich. Wenn das ist, was der Welt wirklich ist, nur das, dann vielleicht sollte ich zurück in die Dunkelheit sein. Riku! Tja. Du wolltest Nami nicht noch danken. Klar. Ich wusste doch, dass es wieder Ellen lang wird. Vielleicht sollte ich noch mal pausieren. Ach, geht gar nicht. Geht ja gar nicht. Nice! Was? Tja. 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 Es geht statt. Awww. Ja, ihn als Freund. Darf ich bitte? Wieso darf man nicht pausieren? Das ist ja voll gemein. Oh. Ist das die von Sarah? Ich meine, mir war da sowas. Oh. Okay. Okay. Ich weiß, dass du dich an, wo du bist. Wir beten uns für unsere Sorgen zu Ende. Und wir hoffen, dass unsere Hörst werden. Jetzt werde ich mich weiterentwickeln, um zu erfahren, dieses Wies. Und wer weiß. Zu Beginn eine neue Reise kann nicht so schwer sein. Oder vielleicht hat es bereits angefangen. Es gibt viele Welt. Aber sie haben den gleichen Sky. One sky, one destiny. Yeah. Ja, es kommen die ellenlangen Credits, die nicht mehr an die Aufnahme passen. Yay! Natürlich kommen die zurück. Für den dritten Teil. Ah, toll! Jetzt sind sie schon aus der Dunkelheit raus und sind mitten im Ozean gelandet. Au! Gut, das habe ich eben gerade nicht gesehen. Gut, das ist schon aus dem Ozean gelandet. 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 Dann hoffe ich mal, dass sie doch nicht so lange gehen. Die Credits. Dürfen nicht länger als 20 Minuten gehen. Aber ich glaube, ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Ich weiß mal nicht, wie ich das im Schnitt machen werde, aber wir sehen uns dann hoffentlich auch irgendwann mal wieder bei Kingdom Hearts oder anderen Spielen. Bis dann. Bye. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020